In dieser Folge von Kochen mit Anixe zeigt uns Jörg Guhmann, wie man einen frischen Lachs zubereitet und selbst beizt. Unsere Moderatorin löchert unseren TV-Koch mit Fragen zu seiner Reise nach Schweden und sie profitieren von den Tipps und Tricks aus der Welt der Kulinarik. Kochen mit Anixe, Guhmanns schnelle Küche. Samstags um 20.45 Uhr auf Anixe Plus.